Du lässt dir gerade deine Haare lang wachsen und du möchtest die häufigsten Fehler, die man beim Haare lang wachsen macht, vermeiden, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Leute, ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, denn es gibt richtig viele Fehler, die man beim Haare lang wachsen machen kann und deshalb geht's direkt los. Erster Fehler, kein Ziel setzen. Wenn du anfängst, dir deine Haare lang wachsen zu lassen, dann solltest du dir von Anfang an auch ein Ziel setzen. Denn du musst ja auch wissen, wann du halt auch dein Ziel erreichst. Ist ja auch in anderen Bereichen des Lebens so, wenn du dir kein Ziel setzt, dann wird's halt schwierig, irgendwas zu erreichen. Ansonsten läufst du halt rum wie so ein geköpftes Huhn, Vogel will durch die Gegend und weißt gar nicht, wann du überhaupt angekommen bist. Zweiter Fehler, Haartyp nicht verstehen. Die meisten Männer verstehen ihren Haartyp einfach nicht. Es gibt auch eigentlich gar keinen Grund dazu, sich damit zu beschäftigen, weil die meisten Männer natürlich auch kurze Haare haben. Und wenn die Haare keine nennenswerte Länge haben, dann macht es auch gar keinen Sinn, sich eigentlich damit zu beschäftigen. Dementsprechend verstehen viele Leute ihren Haartyp einfach nicht. Aber wenn du dir lange Haare lang wachsen lassen möchtest und wirklich lange Haare haben möchtest, dann solltest du deinen Haartyp kennen, du solltest deine Haarstruktur kennen, deinen Haarzustand kennen, denn all das ist nachher schlussendlich super wichtig. Auch später bei der Auswahl deiner Haarstyling und Haarpflegeprodukte. Dritter Fehler, zu viele Produkte. Genau wie unsere Haut tut es unseren Haaren auch nicht gut, wenn wir einfach zu viele Produkte in unsere Haare reinmachen. Denn es könnte nämlich unter Umständen sein, wenn man zu viele Produkte verwendet, dass die Poren auf der Kopfhaut verstopfen und dementsprechend dann die Haare nicht mehr mit genügend Nährstoffe und nicht mehr mit genügend Sauerstoff versorgt werden, die es aber braucht, damit du gesunde und kräftige Haare hast. Ich persönlich mache das zum Beispiel so, dass ich einen Tag in der Woche mache, wo ich nichts in meine Haare reinmache. Das ist der Sonntag, da kommt nichts in meine Haare rein, da müssen meine Haare einfach mal durchatmen. Und sowas in der Art empfehle ich dir auch. Und, by the way, du solltest natürlich auch die richtigen Produkte verwenden. Wenn du noch auf der Suche bist nach guten Produkten, egal ob jetzt Shampoo, Conditioner, Arganöl, dann schau auf jeden Fall mir hier unten in die Infobox rein. Ich habe dir da unsere Produkte verlinkt, die mittlerweile auch alle online erhältlich sind. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du da noch vorbeischaust und bin mir sicher, dass auch für dich was mit dabei ist. Fehler Nummer 4, wir sind immer noch bei Produkten und zwar die gleichen Produkte verwenden. Wenn du deine Haare lang wachsen lässt, dann haben deine Haare einfach andere Bedürfnisse, als du noch kurze Haare hattest. Und man kann einfach nicht mehr die gleichen Produkte verwenden, die man früher verwendet hat. Beispiel hier, damals, als ich noch ganz kurze Haare hatte, habe ich gar keinen bis kaum Conditioner verwendet. Jetzt kann ich mir ein Leben ohne Conditioner bei langen Haaren gar nicht mehr vorstellen. Das gleiche zum Beispiel im Styling-Bereich. Damals habe ich ein Haarwachs oder ein Haarclay verwendet. Heute benutze ich das überhaupt gar nicht mehr, sondern ich benutze tagtäglich die Hair Defining Cream, weil es jetzt einfach viel besser zu meinen Haaren passt. Fünfter Fehler, Haare trocken rubbeln. Wenn du dein ganzes Leben kurze Haare hattest und immer deine Haare schön trocken gerubbelt hast, dann bist du natürlich daran gewöhnt. Gar keine Frage. Aber wenn du dir lange Haare wachsen lässt, dann empfehle ich dir, das Trockenrubbeln wirklich sein zu lassen. Gerade dann, wenn deine Haare noch feucht sind und du gerade aus der Dusche kommst, dann musst du deine Haare wirklich vorsichtig behandeln. Und deshalb bestenfalls einfach ganz vorsichtig mit dem Handtuch abtupfen und that's it. Sechster Fehler, der Vergleich deiner Haare mit anderen Haaren. Ich kriege ganz viele E-Mails von euch mit Frisuren geschickt. So, Daniel, was hältst du von der Frisur? Steht mir die Frisur? Guck mal, ich hätte gerne die Frisur. Das ist immer ganz schwierig, wenn man seine eigene Haare oder seine eigene Frisur mit einer anderen Frisur vergleicht. Natürlich ist es gut, wenn du dir zum Beispiel ein Ziel setzt und sagst, hey, das ist die Haarlänge, die ich auf jeden Fall erreichen möchte. Oder wenn du dir zum Beispiel andere Frisuren anschaust und das als Inspiration nimmst für deine eigene Frisur. Aber miteinander zu vergleichen ist immer ein bisschen schwierig, denn die Haarstruktur, der Haartyp und auch der Haarzustand von jemand anderes ist meist komplett anders zu deinem. Deshalb am besten nicht vergleichen, denn außerdem bist du auch so gut, wie du bist und deine Haare sind so schön, wie sie sind. Siebter Fehler, zu viel Hitze. Viele Leute sind verrückt danach, ihre Haare zu glätten, ihre Haare zu föhnen und machen das tagtäglich vielleicht sogar zweimal. Ich kenne auch jemanden, der hat das auch vor nicht allzu langer Zeit auch noch sehr häufig gemacht. Aber Leute, wenn ihr eure Haare lang wachsen lasst, dann lasst das einfach mit der Hitze ein bisschen sein. Denn wenn ihr zu viel Hitze verwendet, dann werden eure Haare trocken, möglicherweise auch brüchig und das möchtet ihr auf gar keinen Fall. Wenn ihr Hitze verwendet, versucht die Hitze wirklich auf die unterste Stufe zu stellen, denn ihr möchtet ja wirklich auch, dass eure Haare schön und gesund sind und nicht brüchig. Nächster Fehler, die Gesundheit der Haare wird unterschätzt. Viele Männer, die haben halt eine Kurzhaarfrisur, gehen alle zwei, drei Wochen zum Friseur, lassen sich ihre Haare schneiden und machen sich gar nicht so eine wirkliche Platte über die Gesundheit der Haare. Aber wenn du dir deine Haare lang wachsen lässt, dann solltest du auf jeden Fall mal über die Gesundheit deiner Haare nachdenken. Denn es ist natürlich super wichtig, dass deine Haare gesund sind. Ähnlich wie mit deinem Körper, du gehst ja zum Sport oder bist aktiv und hältst deinen Körper fit, um gesund zu bleiben. Oder nimmst auch gute Nagen zu dir, um deinen Körper gesund zu halten. Und ähnlich ist es natürlich auch mit den Haaren. Also überleg dir, welche Produkte zum Beispiel du in der Haarpflegeroutine ergänzen kannst, wie zum Beispiel ein Arganöl, damit du deine Haare wirklich schön gesund und stark hältst. Der nächste Fehler, den fast alle Leute machen, ist, dass die Übergangsphase einfach unterschätzt wird. Die Übergangsphase ist wirklich unangenehm. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und die meisten Leute denken halt ja, hey, mit der Übergangsphase, ach, meine Haare, die wachsen auch ganz schön schnell. Das geht ja ratzefatze. Sorry, da muss ich dich leider enttäuschen, denn die Übergangsphase dauert wirklich meistens länger, als man sich eigentlich vorgestellt hat. Leute, ich weiß, wovon ich spreche und ich fühle mit allen Leuten da draußen, die sich gerade auch in der Übergangsphase befinden und drücke euch die Daumen, ihr packt das. Zehnter Fehler, Haare bürsten, wenn sie nass sind. Wenn ihr gerade aus der Dusche raustappt und dann direkt zu einer Bürste greift und eure Haare durchbürstet, dann kann ich euch garantieren, dass ihr euch Haare rauszieht. Denn gerade wenn eure Haare nass sind, beziehungsweise feucht sind, dann sind eure Haare empfindlich. Und wenn ihr die bürstet, dann zieht euch Haare raus. Deshalb greift besser zu einem groben Kamm, ordnet eure Haare mit einem groben Kamm und somit lauft ihr nicht Gefahr, dass ihr euch Haare rauszieht. Nächster Fehler, Haarspitzen vergessen. Habe ich jetzt auch wieder vor kurzem gemacht. Ich habe Ewigkeiten meine Haarspitzen nicht schneiden lassen. Und das sollte man auf jeden Fall hin und wieder mal machen. Wenn du jetzt gerade in der Anfangsphase bist, dann empfehle ich dir nicht, die Haare direkt die Spitzen schneiden zu lassen, denn du möchtest ja erstmal auch einen Fortschritt sehen und willst ja auch erstmal vorankommen. Aber wenn deine Haare eine gewisse Länge erreicht haben, musst du hin und wieder auch mal zum Friseur gehen und deine Haarspitzen schneiden. Jetzt denkt man erstmal, hä, das ist ja völlig kontraproduktiv. Ich will die auch lang bekommen. Ja, deshalb in der ersten Phase einfach wachsen lassen, aber hin und wieder mal hingehen. Denn es ist wichtig, denn du bekommst Spliss an den Enden der Haare. Und dieser Spliss muss entfernt werden. Wenn du das nämlich nicht machst, dann kann es sein, dass dieser Spliss hochzieht und deine Haare brüchig werden und deine Haare dann irgendwann ausdünnen und einfach nicht mehr schön aussehen. Und das möchtest du mit dem Spitzen schneiden vermeiden. Nächster Fehler, den ich auch lange begangen habe, ist, den Mähnband bzw. den Zopf einfach zu streng binden. Wenn du das Gefühl hast, dass der Zopf zu streng ist, dann lockere den einfach ein bisschen auf. Und meine Empfehlung dabei, einfach von Anfang an das Ganze ein bisschen lässiger machen und nicht ganz zu streng ziehen. Das ist für deine Haare wesentlich angenehmer und auch für dich persönlich zu tragen. Wenn du den Tagsüber einen Mähnband hast, ist das echt wesentlich entspannter. Nächster Fehler, und zwar mit dem Mähnband bzw. mit dem Zopf schlafen gehen. Wenn du ins Bett gehst und dich mit einem Mähnband hinlegst, das ist nicht so cool. Ich kann zwar verstehen, dass es nervig ist, gerade wenn du lange Haare hast, wenn die Haare irgendwie erstmal im Gesicht so rumfliegen beim Schlafen. Aber ich empfehle dir, beim Schlafen wirklich deinen Mähnband aufzumachen, deine Haare offen zu machen, dass die Haare frei sind. Gerade auch dann, wenn du halt tagsüber den ganzen Tag einen Mähnband getragen hast. Deine Haare wollen auch einfach mal frei sein, locker sein, luftig sein. Das ist auf jeden Fall richtig wichtig. Und deshalb den Zopf bzw. den Mähnband auf jeden Fall lösen, sobald du ins Bett gehst. Und Leute, apropos schlafen gehen, da werden wir jetzt auch schon beim nächsten Fehler. Und zwar das falsche Kissen nutzen. Ist jetzt auch schon echt pro Level jetzt an dieser Stelle, muss ich sagen. Denn wenn du auf einem Baumwollkissen schläfst, was die meisten Leute ja machen, da ist die Reibung zwischen dem Baumwollkissen und den Haaren relativ groß. Wenn du anstattdessen auf einem Seidenkissen schläfst, da ist die Reibung zwischen den Haaren und dem Seidenkissen natürlich wesentlich geringer. Somit minimierst du halt die Gefahr, dass wenn du dich im Schlaf drehst von links nach rechts und von deiner Traumfrisur träumst, dass die Haare halt brechen, weil du einfach nicht so eine große Reibung hast. So Leute, ich hoffe, dass ich euch mit meinem heutigen Video ein bisschen weiterhelfen konnte. Gerade denjenigen, die sich gerade noch am Anfang befinden, beim Haare lang wachsen lassen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei meinen Produkten vorbeischaut, die ich euch hier unten in der Infobox verlinkt habe. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und viel Erfolg beim Haare lang wachsen lassen.